hallo beim letzten mal hat meck ist versaut oder ich habe es versaut versehentlich was zwei oder z ich krieg meine eigene schriftlich gelesen und soll maggie und um das alles natürlich fährt zu machen hartmode was meine ich mit fair zu mal ganz ehrlich gibt es im hartmode keine treasure uns er wollte schon nur den ipecac run nachspielen okay noch mal zurück tschuldigung mein fehler okay wo waren wir ks 2 c 76 f okie doh ok maggie jetzt noch einmal wieso ist da ich verstehe es nicht wieso ist da das zeichen dass keine ist es war doch keine challenge oder nee da ist doch der raum muss ich das verstehen ich möchte mir das nur noch mal angucken okay nein ach nicht continue noch mal zurück weil ich möchte ja wirklich mir dann wenn ich schon so ich sag mal und verarbeite ich überlege gerade die ganze zeit was das bedeutet dieser durchgestrichene pokal und wieso ist da jetzt nicht der raum wenn ich da jetzt ein anderes item bekommen aber die gegner sind schon mal härter das wirkbare wunder oh jesus ich will nur die richtigen items und dann mich wieder verpissen ja so hey es sind tatsächlich die richtigen items gut dann ist alles egal ähm dann werde ich schon das richtige machen beim nächsten floh kam glaube ich also ich möchte dann ebenso hart wie möglich diesen run gestalten damit es nicht so aussieht als würde ich einfach die easy way out holen weil ich den habe ich im gestrigen run auch nicht geholt die easy way out ich habe es ja im endeffekt doch noch versucht und leider gottes in diesem falle äh versagt was natürlich auch nicht meine absicht war ähm bald gegen ende war mir champions doch wohl etwas ein kleines bisschen etwas zu schwer äh hauptsächlich death sonst keiner von denen und famine nenne ich famine ähm tatsächlich äh pestilence der war für das was pestilence eigentlich ist schwer ja deswegen also so so viel dazu komm halt die fresse dann sitzt da eine bombe gehe da ganz schnell raus hey 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 dann gehen wir hier rein und haben hier famine wie wir es auch erwartet haben ha ha oh ähm das war eine äußerst schlecht gesetzte bombe die war besser so so und tschüss ha auf jeden fall ist alle alles besser selbst wenn wir hierfür nicht anerkannt bekommen dass wir den boss raum geschafft haben wenn wir ihn denn schaffen sollten wo ich ähm wo ich mal davon ausgehen mit ipc und äh aber mit dieser kombination da ist dev die karte da ist ipc und ich bin ein glücklicher mann und ich bin ein glücklicher mann und ich bin ein glücklicher mann ähm ähm auf jeden fall bla 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 fern ist halber der meine bombe mein soul hart mein block also schreibblock der ist vor mir da habe ich ja äh gestern den seed aufgeschrieben oh ja geil da stehe ich ja drauf ja wir gehen schon mal rein machen monstro fertig hundefutter dann gehen wir rein sehen was ist hier los gab es jetzt benutzen den behalten den dass das necronomicon da ist das fakt mich jetzt ein bisschen ab weil ich habe ja auch ein bisschen auf kapi gehofft aber dann eben nicht nicht wahr ja war dann suchen wir auf jeden fall noch nach dem sekretär um gut machen wir mal den hier Dann holen wir nochmal die Dev-Karte Machen hier so Baboom Können hier getrost reingehen Sehen, ah Es hat sich ja gelohnt Tatsächlich Machen hier so Bombe Sehen, dass es nicht klappt Jetzt könnten wir natürlich überall Bombe machen Hier eine Bombe Und da eine Bombe Und jeder kriegt eine Bombe Okay Das ist ein Raum, wo ich aus irgendeinem Grund nicht rein kann Weil ich zu viel Leben habe Ich weiß, ich weiß, ich weiß Jetzt bin ich verwirrt Huch Ne, ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ist aber auch nicht so tragisch Dann gehen wir einfach weiter Ah Kurs auf the lost Kein Ding Ah, wir können hier gar nicht fliegen Komm ich noch da drauf Nur weil wir gegen Bomben und verwundbar sind Heißt das nicht, dass wir ganz und verwundbar sind Nicht wahr, meine Freunde Genau Ähm EPIA So Hey, na Nur drei Münzen Bullshit Jop Nur mal rein Da fällt mir nämlich ein Da fällt mir nämlich ein Man kann ja den Typ auch Bomben Wenn man gut zielt Und manchmal kommt man da auch was raus Aber manchmal heißt es nicht immer Upsala Welch Dilemma Ich würde gerne in den Shop Wenn das genehm ist Wo ist denn der Shop Wo ist denn der Shop Äh Ja Uh Was haben wir denn hier Ah Bullshit Noooope Yay Yay Der Shop lohnt sich richtig Das ist nicht ein Shop Doch da unten ist wohl ein Shop Ich Idiot Und dann haben wir hier Cursed Eye Wie letztes Mal Alles wie letztes Mal Und sehen wir hier Oh, was haben wir denn da Und dann boom Und dann haben wir hier Geld Und dann wow Und dann holen wir uns das hier Dann holen wir uns dies hier Und dann gehen wir wieder Äh Dann suchen wir jetzt den Bossraum Und Ja Keine Ahnung wo der ist Keine Verdammte Ahnung Vielleicht hier rechts Zwar rechts durch Aber ich glaube hier waren wir Zumindest mal noch nicht Und dabei hier ist nicht der Bossraum Ob wir den Bossraum jemals finden Erfahrt ihr in der nächsten Episode von Ja Was das hier auch sein mag Ah ja So Ist das auf jeden Fall Hier war nichts Hier war man schon Hier war wahrscheinlich auch nichts Nope Lame Sauce Lame Sauce Ähm So Machen wir mal ne Abkürzung Babapa Bababe Bum 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 Scheinlich hier oben durch Und ich bin einfach nicht oben durchgegangen doch bin ich ich weiß wo es lang geht da wo ich schon nicht lang gegangen bin hey na schade oh ja sehr sehr schade tschüss kinder das war ein kurzes vergnügen magic mushroom den hole ich mir gern mit und weiter geht's in den nächsten flur äh case 2 curse of darkness nope 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 gotcha good da unten im raum den werde ich das kann ich aufmachen der ist für mich tabü tabelü tabau bam 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 und tschüss was haben wir hier stimmt da war ja was ähm und so möchte ich das jetzt auch halten ja ja kapisch kapisch baum na hups würde ich da mal sagen hey the battery stores energy und die lichter sind aus okidok weiter nach oben okidok oh ups äh was ist das hier denn für ein raum ätzend alt ha So, das ist dann auch zu Ende Und hier haben wir auch unseren Bossraum Gertie Ende Und dann haben wir hier Zack, zack, zack Dead Cat, da kann ich leider Gottes Was heißt leider Gottes, da kann ich drauf verzichten Kurz gucken Ich war überall, wo ich hin wollte Und wir sind gerettet So, jetzt kann der Run weitergehen Der gestern leider Gottes An einen bösen Zwillingsbruder abgegeben wurde Curse of Darkness Immer noch Naja, das ist halt so Der Marsch hat hier auf Oh, okay Ich brauch keine reusable Bombs Wenn ich Yippe-Kack hab Ne Oder IPK, ich weiß es gar nicht Okidok, nächster Raum Biu-Biu-Biu-Biu-Biu Und Meine Fliegen sind so stark Ich glaub nämlich, dass Ähm, die Ey, anachistisches Kochbuch Mit meinem Damage Scalen Isaacs Fork Dann hätte ich gerne meinen Gappies Head wieder Weil der ist Hammer Hammer Ein Shop brauche ich nicht Nope Dann hole ich mir eine Abkürzung Plötzlich könnte ich doch vielleicht einen Shop gebrauchen Ich hab vielleicht gesagt Heheheh 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 und da mehr pin als einer ich muss mich gerade kratzen peace out da in der ecke in den ecken gut ich will ja einen guten run haben ich will ja einen guten run haben aber ich gehe den job da war ich noch nicht könnte ich aber hin ja also es hätte gestern so schön sein können wie ihr seht wie unschwer zu erkennen ist es hätte so schön sein können dann kamen die feuernation und alles änderte sich ja ganz viele champions ich liebe champions der mensch ab und challenge ab ich mach mir doch nicht meine challenge hier zunichte sondern schwerer so das mal klarzustellen hier ja wir sind noch voller batterie battery und 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 das andere ist es nicht beides die battery nicht geil auf jeden fall zwei besorgt und im großen und ganzen ich bin ja so zufrieden nö ja geil okay doch The Adversary Palm Na, wie schmeckt dir das, du Nutte? Oh, er hat mich getroffen, das ist aber schade Und weg Und Mom's Underwear Und wir können Ja Ich finde, es wäre so viel schöner gewesen Als das, was gestern war Curls of the Blind Weil Deswegen Was war hier nochmal für ein Item Im Itemraum Ich weiß es schon gar nicht mehr Ich weiß es schon gar nicht mehr Na, upsala Oh, die Seine-Münze, glaubt mir Die wird mich nicht Bekommen Bu-Yakasha Meine lieben Freunde Bu-Yakasha Äh, nope Nope Trotzdem werde ich hier reingehen Um den großen Raum Links liegen zu lassen Na, da war eine Bombe Die mir ja nichts antut Wie wir alle wissen Es ist Als wäre ich ein Zauberer Ein wunderbarer Zauberer Nur mit Bomben Nur mit Bomben Nur mit Bomben Und mehr Chargen Ja AAA Battery Trickle Charge Ich weiß nicht mehr genau Was das war Mit dem Trickle Charge Aber Es ist Charge Und das ist mir egal Wir machen jetzt hier Full Battery Bitch Ähm Nicht BFF Bitch Full Battery Nee Äh BBF ist es, ja Ha Na dann So, da unten war aber jetzt noch Dieser eine Boom Habe ich den, äh Weggefegt Und dann mache ich mich weiter Plötzlich lohnt sich der Shop wieder Oh Hat der überlebt Das war aber, äh Nicht meine Intention Intentiones So Palm Äh Schlüssel für mich Und dann Haben wir hier doch schon Beide Räume Meines, äh Vertrauens Oh So Hier haben wir Die Treasure Map Das ist cool Und hier Mom's Bottle of Pills Und holen uns Hilfe Hilfe mit Und dann können wir auch Wieder Uns raus Schleichen Oh Sorry Greed Das, ähm Sorry Yep Genau Das Meine lieben Freunde Einen Schlüssel Den ich mit hole Jop Oh Ihr wisst nicht wie egal mir das gerade war Haha Sowas von egal Oh mein Gott Ist mir das egal gewesen Hagalatz Destruction Hm Ich hätte wohl doch eher die Full-Helf-Pille mitnehmen sollen Ende Polaroid Bitch Krampus Der kriegt so auf die Fress Äh Head of Krampus Den wollen wir aber nicht Wir behalten Schön brav Unser Capi's Head Und dann gehen wir hier hin Ach Fuck Ich hole unten rechts Hot Bombs Ähm Jo Aber ich glaube nicht, dass das hier Krass schwer wird Beide schon besiegt Jop Ja, das ist ähm Lappalien Hör mal Bomben machen wir keinen Schaden Und die kommen dann hier mit Bombenfest Toller Ähm Ja Stacheln hingegen machen mir Schaden Da hat sich nichts geändert Wo ist denn noch was hier von Von dem Typen Ah, da Ein Moment Ich hole mal ganz kurz Oh Mann Ich wollte das Helf abholen Meins Bam Und dann habe ich einen neuen Hard Container So Erwischt Der Nächste Der Nächste bitte Ah Kein Problem Jo Jo Kein Problem Wirklich nicht Ähm Ich mache hier einen Laun Ich mache hier einen Laun EP Geld Hey Die Maske Auf Infimi Lebt mal länger Also das Herz Von der Maske Was ist gerade passiert Wieso wurde ich Graus geschmissen Ich war noch nicht fertig Mit euch Wo seid ihr Ich war noch nicht Fertig Das ist jetzt echt schade Ich bin nämlich immer noch nicht fertig Es sind noch nicht mal 20 Minuten vergangen Das ist schade Ich weiß nicht genau was es war Aber naja Mann Spaßbremsen Diese Fliegen So Tschüssi Und runter Und Hör mal Es geht mir ganz schön auf den Sack Ist das der Trickle Charger Mal Wenn ja Lass es sein Penner Man kann mich doch nicht einfach in meinen kreativen Zustand stören Wie er es eben gemacht hat Mensch 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 Aaaaaah Mann 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 Ah Das ist aber ein Komisch aufgestellter Raum Ich komm da hinten gar nicht hin Oh mein Gott Lass es sein Ernsthaft Was ist das Ich hab doch Was Was hab ich denn aufgehoben Was sowas machen könnte Ist es der Trickle Charger Ich Ich Es ist Bullshit Ernsthaft Lass mich in Ruhe Boah Boah Der Raum war aber Komisch aufgebaut Und der war ätzend Egal Ähm Ich probiere es erstmal hier Jupp 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 Bobs Bobs Rottenhead Hatte ich den nicht schon mal aufgehoben Ist mir dann doch egal Okay 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 Ding 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 Ehm, tschüss Oh, verfehlt Hey, ne Bombe, für mich Danke Und zack Der Der scheiß ist auch Ich kann weg machen, ich kann weg machen Ich hoffe, dass er jetzt weg ist Was ist das? Was macht das, dass das so ist und so? Welches unglaublich beschissene Item habe ich aufgehoben was das macht Tut mir leid, ich sehe es nicht Da muss ein Fehler sein Dann kann ich ja auch die AA battery behalten Das ist B.S. Oh, fuck Fuck Oh, you sons of bitches Are you wizards? Ach, ätzend Äh Tschüss Oblodabixer Oh Ja, bitte hört den Wizard Scheiß auf Okay Bin ich mal gespannt, wie ich gegen Idlibs klarkomme Ich darf nicht getroffen werden Hey, geschafft Ähm Ganz kurz Wo muss ich eigentlich mit Maggie hin? In die Shield Oh Nein, 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 nein Continue, please Continue, please Shield soll's sein Aber bei jeder Berührung Raus Das kann ich nicht Das könnte ich nicht Nein Das darf auch bestenfalls nicht sein Das wäre Hölle Hölle auf Erden Hey Hei, hai, na? Puh, drei Bomben, na? Das ging aber schnell nichts und raus mit mir aber ich habe gesehen was da drin ist nämlich nix schön dann gehe ich hier runter okay ich weiß nicht woran es liegt ich tschuldigung ich kann es nicht sagen gegert da 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 DVD Simply da 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 von Okidoki Da muss ich ja hier runter, ne? Na, dann wünscht mir Glück Wünscht mir Glück Ha, diesmal wurde ich nicht draus befördert, naja, ist vielleicht auch besser so Gut, ähm, dann würde ich mal sagen Ganz geistreich Mein Name ist Ed Winkmann Wir sehen uns beim nächsten Video, denn es heißt Let's Play the Binding of Isaac Rebirth Und nein, es hat uns nix gebracht Bis dahin Ciao